Also von hier kann man vielleicht nur zu viel Beton sehen, aber wenn wir morgen in Monaco ankommen, Sie werden sehen, dass egal wo, in jeder Ecke hat Monaco schöne Garten, schöne öffentliche Garten ist gesetzt. Ja, falls jemand hier in Monaco neue Wohnungen bauen will, muss auch schon bei der Plane einen großen öffentlichen Garten für die Bevölkerung bauen. Ohne so Wasser wird nicht möglich, etwas zu bauen. Und weil Monaco sehr klein ist, Monaco beträgt da heute eine bewohnte Fläche von nur circa zwei Quadratkilometer. Aber wird immer weiter vergrößert. Und wenn Sie ganz unten an mir schauen, wo die viele Kräne sind, das ist die neue Ortsteile, die gerade in Momenta gebaut wird. Dank Pläne auch von Renzo Piano, der Architekt, das die neue Brücke in Agenua geplant hatte. Und um Monaco sich zu vergrößern, die müssen unbedingt den Platz von Meer gewinnen. Die haben keine andere Chance. Entweder immer weiter Aushäuser müssen die bauen oder die bauen ins Meer hinein. Also zwei Quadratkilometer ist die Fläche von Monaco heute, wenn die neue Ortsteile fertig ist, muss man sechs Hektar mehr rechnen. Und in dieser kleine, in dieser kleine selbstständiger Staat wohnen circa 38.000 Personen. Und die Nationalitäten, die wir in Monaco finden können, die sind 119. Also ich sage immer, sicher der Welt in Monaco total repräsentiert. Die richtigen Bewohner von Monaco, und zwar die sogenannten Monegassen, sind circa 8.000. Und sind die, die auch Steuerermessigungen bekommen können. Nur die 8.000 echte Monegassen, die bekommen Steuermessigungen. Die anderen 30.000 Bewohner, die zahlen Steuern egal wie wir. Um Monegasser zu werden, um auch Steuermessigungen zu bekommen, muss man minimum seit vier Generationen in Monaco sein. Nach vier Generationen bekommt man automatisch die Nationalität. Falls sie morgen, also falls eine Dame von uns morgen ein Monegasser trifft und kommt danach auch Zeit. Die Dame, die ein Monegasser heiratet hat, muss zwei Jahre warten, um die Nationalität zu bekommen. Falls ein Mann eine Monegassin heiratet, muss zehn Jahre warten, um die Nationalität Monaco zu bekommen. So sind die Regeln. Ja, so wissen Sie Bescheid, falls Sie morgen jemand besonders treffen. Aber wenn Sie auf difference. Ja, so wissen Sie sehr, sehr. Aber er hat mir nicht immer noch die Schütze. Aber er hat alles gegründet. Aber er hat sich nicht mehr so, wie es ihr seid. Aber er hat sich nicht mehr so, wie es ist beim Interviewpartner sind.